Wir hoffen, dass der Christian jetzt endlich auf Play gegründet hat. Wir sind eben wieder zurück aus der schönen Türkei. Wieder hier im schönen, regnerischen Hamburg. Bei unserer Weihnachtsfeier. Vielleicht kennt ihr uns. Das ist die liebe Katrin. Das ist die Gülsimin. Das ist der Markus. Wir wünschen euch... Frohe Weihnachten! Und einen guten... Grundschluss-Neujahr 2015! Frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten! Und Happy New Year! Frohe Weihnachten!